Ho, 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 ho! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kinder und Kindeskinder, liebe Triererinnen und Trierer. Das Christkind steht vor der Tür. Am 23.12. weile ich wieder mit meiner Kombo den orthopädischen Strümpfen beim großen Weihnachtsfestival der Liebe in der Europahalle zu Trier. Dieses Jahr suche ich dafür zusammen mit dem trierischen Volksfreund den Schlagerstern, der Schlagerstern in euch. Ja, ihr seid gemeint, ihr und nur ihr und eure Kehle soll ertönen. Also bitte seid fleißig, sendet Testproben eurer Stimme ein und der Gewinner wird unser Special Guest an unserem Weihnachtsfestival der Liebe auf der orthopädischen Bühne mit den orthopädischen Strümpfen sein. Ich freue mich so drauf. Ich könnte glatt unter mich machen vor Freude.